ja warum ist der mann am tanzen ja und deswegen seht ihr nämlich jetzt im hintergrund eine folge laufen schon gelaufen ist alte hände alte hände alte hände alter hände ich wusste dass ihr drauf kommt so wir gehen jetzt noch die eine aktion machen und dann ist schließt auf in den kampf oder ging war 1000 punkte für dann sind wir bei 3000 das heißt das nächste mal kriegen wir direkt schon mal 15 benzin weil wir ich habe mortadella im bauch und brot und günstig wieso mich in der ganze zeit betäubt gut das hat geklappt da war ich jetzt aber sehr unvorsichtig danke das geht aber nicht hier hören sie mal nein lass mich doch mal in frieden 21 haben nein wir haben munition verbraucht das geht nicht was haben wir für die vertriebe für die vitamine nachladegeschwindigkeit für 180 sekunden super begeistert das war so ja komm ich muss jetzt einmal machen noch mal lieber diesel ja 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 wenn man schneller die kimmel Hallo Hey, da müssen wir schnell laufen Alter, ich hab zwischen Das muss man in Zeitlupe sehen Ich habe gerade explizit Zwischen die beiden Schultern Dieser letzten zwei Zombies geschossen Das ist genial Da weiß man doch, wo noch Skill sitzt, oder? Wie, nein Das ist auch unhöflich Ältere Menschen hierüber Das macht dich nicht hübsch, oh Ich bin der verskillte, genau Ey, oh Ey, die haben mir ein Headbang gegeben, Leute Was ist hier denn drauf? Schon geil Lula Moment, ich muss nachhören Sollen wir jetzt erstmal die Zufallsrandom-Rumscheißer hier Ich hab gerade echt Das ist unglaublich Du schießt auf zwei letzte Zombies Mit halben Schädel Und schießt zwischen die Schultern Der beiden Nicht bei einer Person Wo ist denn jetzt da? Achso Ach nö Jetzt müssen wir da Da sind wir jetzt auch wieder Zombies Ich mach mal diesen Ich kann mit der Waffe nicht so Wo bin ich denn eigentlich? Ach da Hallo Jetzt haben wir nur noch 700 Also das geht Ich hab nur noch 1000 Hallo Also auf die Waffe zu benutzen Oh Oh Komm noch runter Wir haben das perfekte Timing Hallo Steht der Hund mal? Wie ist denn da noch? Oh Alter Da haben wir aber Glück gehabt Ich glaub da oben sind ein paar dickere Ne? Hallo Hallo Ich bin hier unten Können sie mal Danke Ey Das ist ja wohl ne Frechheit Hallo Können sie mal näher kommen? Hallo 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 Nett Hallo Hallo so langsam wäre ich das auch mal dass ich auf die boden fallen achte nach acht stunden oder neun ich das insgesamt gespielt habe ich auch schön sie hat mich gebissen die sau das war mein ledermokassin von gucci achso moment ich habe eine andere waffe wir wollen ja munitionen sparen wie viel haben wir jetzt verballert dafür guck mal wir haben kein dietrich dabei ich idiot ich habe vergessen die triche zu kaufen mit sie gut ist nicht so werden wir uns finden das ist nicht gut das gut das ist nicht gut wie hakt mein ding sich muss jetzt mal wirklich alle halbe dreiviertel stunde mal einmal mein ding hier auffrischen sekunde so geht er wieder nicht wirklich was okay so ich weiß nicht warum aber das ist die manager hakt leider sehr häufig so weiter ich schaffe das bin ein hero ach so da ist auch noch mal eine falle gewesen ein ubsi nein eine geheimtür ach wir suchen ja das mädchen nicht doof kommen das mädchen ist aber sehr geschickt das müssen wir sagen als survival allein nehmen die andere waffe für den fall wir müssen ja ruby finden dass man da angefangen ist gibt da benzin dafür könnte ich mir zurück ne this was it this was the auto show okay dann müssen wir zurück wir haben nichts gefunden ne ja doch wir haben einen hiervon gekriegt und zwei vitamine ja wir brauchen das hier wir schaffen wir nicht mehr schaffen gerade noch wie treten wie treten sie bitte das kipit ach da schock hab ich auch nichts zum verkaufen kriegt gar nichts diesmal ne ok hat er eigentlich wie schaut's aus es erledigt das war ein kinderspiel würde ich sagen das war ein kinderspiel schön dankeschön vergiss es sie dir noch mal unsere vorherigen hinweise an sie haben uns zu der funkstation außerhalb der stadt geführt finde rübi im funkturm müssen wir jetzt rübi finden aber das machen wir nicht heute weil für rübi finden brauchen wir rübi geld also benzin du hast geschissen jack du hast gekackt die scheiße sogar nehmen das zelt schweine unholde wie höhgehen gibt es gleich facepalm facepalm ist so weit von 2014 hat schnauze und wir haben echt nichts mehr ne hier mussten wir die aufgabe noch mehr und wir brauchen level 35 ich glaube wir müssen doch mal öfter diesen ace hier hier die aufgaben machen da ist ja doch ein bisschen grinder dass wir an mehr punkte kommen ne das ist level 17 und wir müssen einem eine aufgabe die geht erst ab level 21 das ist bei dem bürgermeister bei tronald dump kennen sie tronald dump genau und wir haben eine aufgabe jetzt die ist level 35 und mir ist immer noch kalt so wo ist denn jetzt mein mein haus ja nie keine munition ach das dauert noch ja das ist aber eine frechheit das ist ihnen schon klar schön wie haben wir denn jetzt verbände haben wir jetzt ach halt die schnauze verbände haben wir jetzt elf stück das ist gut wir haben noch zwei granaten und wir haben drei davon okay das geht auch und wir haben noch die die haben wir auch noch radio 7 was immer das heißen soll schaden 400 wie gesagt ich weiß nicht wofür wir die rauchbomben brauchen das habe ich keine ahnung von ich weiß nicht ob man mit rauchbomben wir haben keine heilungsmittel mehr alter das brauche ich überhaupt nicht das ist rotze äh das ist so ähnlich wie bei pokémon weißt du steigert die initiative ne das nicht aber das andere so ähm wir haben noch zwei dings pakete ja wir haben die lese dafür haben wir nichts gefunden ne munitionsart energie keine ahnung ob wir die noch irgendwann in einem späteren zeitpunkt finden die kacke achso das können wir drüber packen da braucht kein mensch dann haben wir noch die vitamine und das war strahlungswiderstand 40 prozent und das war 80 ne nachladegeschwind plus 20 prozent ja gut das könnte man vielleicht mal überlegen ob man das mal ausprobiert wobei verkaufen bringt glaube ich nicht viel ne wir brauchen endlich eine waffe für die munition alter ja wir hätten nochmal 6 liter benzin aber dann machen wir nächste mal und da kommen wir eh nicht mit hin wir brauchen sieben und wir brauchen 6,6 also schaffen wir nicht genau dann würde ich sagen machen wir das nächste mal genau und dann gehen wir jetzt gleich in der minekraft rein genau das ist doch schön dann können wir die trotzdem schon mal abholen damit wir das hier oben auffüllen können genau nächstes mal wir spielen haben wir hier 70 liter drin und hier 70 liter und hoffentlich hier wieder 10 10 güldene weil hier kriegen wir nochmal 10 stück in 8 stunden also pro wenn ich dran denke wir könnten also auf warte mal montag dienstag mittwoch sonnestag eventuell freitag spielen wir dann wieder könnten wir auf 100 stück kommen 100 goldmünzen wenn ich jedes mal dran denke alle 12 stunden wäre ich natürlich nicht anhand der münzen die hier sind wird man dann sehen wie oft ich dran gedacht habe genau so den rest kriegen wir nicht im moment ne wo war das denn immer achso haben wir noch achso haben wir noch dings warte mal eben hatten wir keine äh Fertigkeiten ne haben wir alles vergeben im moment hatten wir keine Dings mehr offen ich glaub nicht ne äh wo war denn das na doch ne die haben wir noch nicht die Belohnung ach schade was ist denn das ne das hat äh da können wir nochmal Handgranaten genau ach guck mal 235 Punkte hätten wir nur gebraucht das ist natürlich schade okay gut dann bis zum nächsten mal dann machen wir Funkturm und endlich den Bauernhof genau und da müssen wir gucken dass wir von dem anderen Typen paar Aufgaben machen dass wir mehr Level zu kriegen genau ja das ist ja schön sind wir jetzt in unserem Haus oder sind wir nicht in unserem Haus so jetzt hoffe ich mal dass wenn wir hier ähm ähm rausgehen äh hier raus das ist ich finde blöd dass man nicht zwischenspeichern kann das ist so ein bisschen blöd wir gehen natürlich aufs Bett und machen diesen genau wunderbar so ich ja ich ja Vielen Dank.